Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Business Partner. Die folgende Sendung ist ein Business TV Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Und jetzt muss ich Sie gleich mal fragen, Herr Sauter, Ochsenbrom. Das ist ja ein spannender Ort. Ich hätte ihn erst mal mit CH geschrieben, aber er schreibt sich mit X. Das ist Ihr Geburtsort. Das ist mein Thema.